Herzlich Willkommen zurück beim 5. Part 1 Sackhoff 2 Wings of Liberty Multiplayer Wir sind jetzt auf Rang 12 eben gegen einen Toss der einen sehr ziemlich guten Bild gespielt hat aber ich diesen Bild einfach nur geschlagen habe weil er einfach er hat gut gespielt, ich habe ihn aber rausgemeikrot und er hatte dann auch keine Chance mehr Er hatte Kolosse, habe ich ausgesnipet die selbe Zeit hat er auch wieder richtig viele und aber mit Blink Micro kann man das kann man das wirklich hinkriegen wenn man nur Stalker hat, kann man gegen Blink Stalker eigentlich nicht wirklich gewinnen aber äh gegen Salids, aber Blink Stalker sind gut gegen Salids so und diesmal gegen gegen Altwar, Alcatraz Terran und er hat Hotz, wieso spielt er kein Hotz, wenn er wenn er Terran ist und den Hotz hat weil den Hotz da da sind die Terran übel stark mit den Virominds, mit den Hellbads, mit den Sweet Midi Vax mit dem ganzen das ist ein klarer Dünste die wir haben das ist ziemlich schlimm da ihr habt nicht gelügen Mineralien achja, mein Bild ist übrigens ähm, also das Bild was man immer sieht beim beladen und so das ist von der Beta das ist Beta Stufe 30 das ist die Beta gespielt von Hotz und in der Beta bis zu Stufe 30 haben wir also habe ich die Beta von Hotz gespielt das hat auch ziemlich Spaß gemacht ich würde es auch spielen wenn ich es hätte aber ich habe Hotz vielleicht bekomme ich es bald dann zocke ich auch Hotz sollen wir wahrscheinlich keine Wings & Flöwe mit dem Video bekommen außer jemand wünscht sich das dann mache ich das natürlich aber sonst würde ich dann nur Hotz zocken weil Hotz und Woll sind zwei verschiedene Sachen Hotz wird wahrscheinlich noch auch wird jetzt wieder drei Jahre halten Übrigens der Puglity wird wahrscheinlich in ein paar Jahren vielleicht in einem Jahr oder so gar nicht kann er mehr spielen und es wird unregend werden aber Hotz weil Hotz neu ist ganz viele Erneuerungen da sind ist das nicht so und aber wieder ein Frame Einbruch tut mir leid und Frame Einbruch Irgendwie braue ich grad einfach nur Hotz ja kein Gas noch kein Gas mit Barrel oder vorne Standard eigentlich ich ich nicht was irgendwie skeptisch machen würde wenn er jetzt eine zweite Barrack enden würde würde das heißt wieder so ein All-In-Push und ja aber anscheinend ja nicht anscheinend will er mal richtig spielen das freut mich nicht das freut mich das freut mich das freut mich sehr jetzt soll er den Marmin und wenn er den Marmin holt dann ist es für mich ich soll abhauen soja jo keine Prognose das ist gut kommt auch noch weg owners aber nun den 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 und ich bin gerade in der Nähe ich bin nicht gut ich bin schon die ich bin ich weiß nicht was ich mache aber ich bin irgendwie bei euch kommen die hat nicht gelöst und ich brauche die 100 Mäse wir wollen wir jetzt hier auch nicht gelöst jetzt kommt schon Das ist nicht dein Ernst. Ah! Jetzt muss ich das da abreißen. Das ist doch... Das ist doch alles Bullshit. Das ist doch wirklich Bullshit. Das Saga kann ich auch noch benutzen. Nice. Ich bin so oberpro, ich wusste, dass das passiert. Und das war alles Absicht. Das musste so. Das sollte. Das musste. Das war Absicht. Ja. 100 pro. Und die Echse auch extra so ein paar Minuten spät. Das ist alles geplant. Das ist alles vollkommen geplant. So. Das war schon voll geschlossen. Oh. Das ist auch vollkommen geplant. Das ist alles gewollt. Das ist alles so gewollt. Das sollen alles so. Oh. Im Moment bin ich wirklich total neben der Spur. Oder gerade eher gesagt. Das sind das schon... Das ist wirklich schlimm gerade. Das ist so... Das geht gar nicht. Das ist so typisch Ech. Das ist da immer noch eine Probe zu fliegen. Das macht mich fertig. Das macht mich fertig. Ihr Scheiß-Probes. Wieso macht ihr nicht das, was ich sage? Wieso geht ihr nicht einfach da hin? Okay. Er sieht alles, was er sehen will. Außer die Robo. Die Robo sieht er nicht. Das ist schon mal was Gutes. Und dann stelle ich das ein bisschen besser hin. Dann gehe ich so da. Da, 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 da. Dann mache ich so. Dann ist das alles schön hingestellt. Wenn der jetzt hochreimt kann ich einfach forcefaden. Und dann ist es in irgendein gesperrt. Und dann kann ich die ganz schön rausziehen. Mein Leben für Ayur. Mein Leben für Ayur. Ihr müsst zusätzliche Klonen bauen. Hat geklappt. So ungefähr. Ich meinte. Er zieht sich jetzt zurück. Das ist ja schon mal ein Erfolg. Ich habe fast nichts verloren. Nur ein paar Salads. Keine Salad, keine Stalker. Und er will die dritte bauen. Okay, das ist eine gute Information für mich. Und ich habe gerade wieder Overmints, weil ich vergessen habe, Gates zu bauen. Das ist nicht schlimm. Dann baue ich die jetzt einfach. Wenn er die dritte draußen hat und die ein bisschen rasiert wird, umiert. Das Spiel besteht wirklich nur aus Supply. Du musst immer nur Supply bauen. Du hast keinen Supply bauen, dann hast du von mir. Oder Upgrades. Oh, er hat schon 1-1. Okay, das ist schlecht. Das ist schlecht für mich. Das ist ziemlich schlecht für mich. Dritt hat er draußen. Also er ist gerade vorne. Das ist auch nicht gut. Aber ich habe gerade Upgrades am Laufen und er hat meinen Observer gekickt. Jetzt hat er meinen Lost-Tag gesehen, hat er alles, meinen ganzen Tag gesehen. Das ist ziemlich scheiße. Aber da ich weiß, dass er gerade die dritte genommen hat und so weiter und so fort, auf den Schleichen-Go, wenn ich den Koloss draußen habe, dann wäre er sehr well. Und dann ist... Erforschung abgeschlossen. Ich hoffe, dass ich statt hier so mache. Was ich das gewinne? Könnte aber deswegen auch sein, dass ich dann gerne bin. Das kann ja immer mal passieren. Scheiß Pylonen. Ich habe es aber gesagt, das Spiel steht aus Pylonen. So, dann geht's. So, er hat meine ganz Arnie anscheinend gesehen. Ach, ob ich mal nicht... Ach, super. Okay, er nutzt es aus. Er will von da kommen. Gut, dass ich das weiß. Dann regnen wir jetzt nämlich hin. Schlechtes hätte jetzt Kolosse von mir gekickt. Und ich brauche Gaves. Ich brauche auf jeden Fall Gaves. Okay, das weiß ich jetzt, wo seine Bay steht. Ich bin hier in den Schatten. Das sieht da so schlecht aus. Das sieht verdammt schlecht aus. Die Lüge ist ja jetzt schon draußen. Ja, gerade rausgebracht. Ich bin hier in den Schatten. Nicht genügend Energie. Wir können nichts anhalten. Ja, das ist das schon wenig mehr. Das ist GG. Eure Krieger bekämpfen wir hier. Na ja. Man muss auch verlieren, mal... Welche Liga war denn der? Welche Liga war denn der? Der war Platin, war aber auch mal dir. Dreimal. Okay, dann beendet ich die Aufnahme. Äh, ciao.